Mahlzeit. Das war ein aufregender Tag gestern. Ich erhielt mehrere E-Mails, ein sehr aufgeregtes Telefonat und dann das hier noch. Das, ich meine jetzt illegale Schule, Betreiberin wohl aus Querdinger-Szene. Das soll in der Nähe von Rosenheim passiert sein. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf abzielen. Das werde ich euch verlinken. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Das ist gar nicht so gefährlich. Ich werde es kurz erwähnen. Aber was ist bei uns passiert? Es ging wie folgt los. Wir hatten ja ein schönes Gebäude in Aussicht. Das war alles soweit abgesprochen. Wir hatten beabsichtigt, da eben unsere Schule komplett zu installieren, weil wir da zwölf Klassen unterbringen können. Und der Besitzer der Schule hat mich reingelassen. Ja, ich habe gesagt, ich will filmen. Ich will für die Öffentlichkeit und dafür eben Filme machen und so weiter. Ja, ja, kein Problem. Machen Sie mal. Hat mich sogar alleine in dem Haus gelassen. Fand ich super fair. Ich habe dann alle Filme gemacht. Ja, und ihr wisst ja selber, wir haben dann losgelegt und haben praktisch über diese Startnext-Seite Geld eingeborgen. Aber jetzt Achtung, wir müssen das Startnext-Spendenprojekt abbrechen. Ich werde später per Video erklären, warum. Das mache ich jetzt gerade. Wir waren bei 8.557 Euro und waren schon glücklich und zufrieden. Ja, und dann kam ja auch diese Spende, wo ich sagte, Mensch, was sollen wir denn jetzt mit dem schönen Geld machen? Gebt uns Ideen. Und wir sind dann zum Schluss drauf gekommen, dass wir praktisch den Schulplatz eines Kindes unter den anderen Leuten praktisch ausloben, loben, also per Los, diesen Platz verlosen. Und ja, und dann las ich doch im letzten Video in den Kommentaren, da hatte Hakenjoss, Herr Hakenjoss hatte was von der illegalen Schule geschrieben. Und da es aber um die Wahl ging, habe ich runtergeschrieben, verstehe ich jetzt nicht den Zusammenhang. Und da schrieb er, sorry, Thema vorbei, pardon. Und jetzt komme ich gleich zu dem Telefonat, habe ich natürlich auch mal illegale Schule Rosenheim das Ganze mir angeguckt. Und siehe da, hier ist die Hölle los. Betreiberin illegaler Schule wohl aus Querdenker-Szene. In Oberbayern wollten Eltern ihre Kinder nicht mehr in staatliche Schulen schicken. Naja gut, das passiert öfter. Nicht nur in Oberbayern. Lieber gaben sie ihre Söhne und Töchter in eine fragwürdige private Einrichtung. Die Behörden reagierten nach ersten Hinweisen schnell. Ja und so weiter. Das verlinke ich euch, könnt ihr ja mal selber nachgucken. Oder ach was, ich verlinke das gar nicht, das lohnt sich nicht. Das hat der Merkur geschrieben. Und alles, was hier kommt, wurde wieder mal abgeschrieben. Es kam immer wieder dasselbe raus. Ich habe da mal kurz reingeguckt. Ja, bloß, was hat das mit uns zu tun? Ich bekam von diesem Eigentümer, mit dem ich so gut konnte, wo ich eben praktisch schon ein Verständnis für Filmen und so weiter hatte, für die Öffentlichkeit, um loszulegen. Bekam ich plötzlich einen Anruf gestern. Ich sollte unbedingt diese Werbeaktion abblasen. Ich durfte überhaupt nicht damit werben. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht. Und dies und das und jenes. Also der Mann da war sehr aufgeregt und ich nehme ihm überhaupt nichts krumm. Im Gegenteil. Ich hatte allerdings gar nicht an diesen Fall gedacht. Das habe ich erst heute, gestern Abend, mir so richtig auch noch aufgrund eines weiteren Hinweises nochmal richtig angeguckt. Und jetzt geht mir eigentlich ein Licht auf. Dazu bekam ich natürlich noch eine E-Mail, eine schriftliche Aufforderung, eben die Annonce sofort zu entfernen und 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 und. Und es kam auch von dem Eigentümer so ein leiser Hinweis, dass auch die Politik das nicht so gut fände. Tja, was machen wir jetzt? Das schöne Spendenprojekt hier über diese Startnext-Plattformen müssen wir auf jeden Fall abblasen. Ist logisch, wenn es der Eigentümer so fordert. Wir wollen uns ja auch nicht total verscherzen mit dem Mann. Schließlich ist er uns ja richtig entgegengekommen. Nicht bloß, dass ich filmen darf, sondern stell mal so ein, ja, mach das mal. Stell mal dein Gebäude in der Schule zur Verfügung. Okay, unsere Kinder, die benehmen sich. Aber Sie wissen ja selber, liebe Zuhörer und Zuschauer, wie Schulen manchmal runtergerockt sind. Also insofern kann ich das voll verstehen und ich nehme dem Eigentümer das auch nicht krumm. Und diese Aufregung erst recht nicht, denn wenn ich das alles im Zusammenhang betrachte, dann wird mir einiges klar. Ohne, dass ich jetzt irgendwas damit direkt ausdrücken möchte, weil das kann ich nicht. Das wäre ein Mutmaßung. Ich habe jetzt bloß Fakten aneinandergereiht und eins zu eins praktisch zusammengezählt. Also, tut mir furchtbar leid. Wir haben jetzt erstmal Spendengelder eingesammelt, aber ich kann garantieren, ich habe das nochmal auf der Seite von Startnext hier auf dieser, habe ich das überall nochmal auch hingeschrieben und das sind auch die Geschäftsbedingungen. Wer jetzt schon Geld gespendet hat, bekommt es direkt zurückgezahlt. Leider. Gut. Wir können jetzt auch noch auf unserer Seite, habe ich natürlich auch eine Hilfeseite aufgemacht, wer da spenden will und uns unterstützen will. Und ich schätze, das geht jetzt auch nicht jetzt, was den Eigentümer angeht. Das glaube ich nicht. Das ist ein freundlicher Mensch. Geht jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal vor das Gericht. Also wir brauchen so oder so auf jeden Fall wieder Geld. Und ich bettle jetzt, das tut mir leid, aber ich bettle im Namen unserer Schüler. Hoffen wir, dass es dann nicht so weit kommt, dass man uns sowas auch unterstellt. Obwohl mir das eigentlich, naja, aufgrund meines Mathe- und Physikkanals theoretisch unlogisch, aber ansonsten doch ganz logisch erscheint. Jeder, der denkt, der selbst denkt, ist ja mittlerweile einer, der nicht gern gesehen wird. Und wenn er dann auch noch querdenkt, naja, dann ist das ganz schlimm. Gut, Leute. Insgesamt, wir müssen die Bildung der Kinder wieder vorwärts bringen, damit solche Sachen nicht wieder passieren. Wir müssen unsere Kinder schützen. Und wir müssen alles dafür tun, dass die gesund aufwachsen. Und deswegen, Leute, macht was. Aber macht's gut. Gut, und guckt unten in die Videobeschreibung rein, da werde ich wahrscheinlich dann noch hilfreiche Links letzten Endes platzieren, wie und was und was wir mit der Schule erreichen wollen. Gut, dann alle guten Wünsche für den heutigen Tag und für, ja, später. Also bis dann, bis zum nächsten Video. Wenn es Neues gibt, werde ich berichten. Tschüss, tschüss.